Gibt es einen besseren Nachfolger als mich selbst? Mit dieser vielleicht zugegeben etwas provokanten Frage möchte ich Sie heute schon ein bisschen sehr persönlich zum Thema Unternehmensnachfolge über etwas ganz Besonderes informieren. Mein Name ist Nils Körber und ich bin der Gründer von Kern die Nachfolgespezialisten einer großen Beratergruppe in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Was ist das Besondere an Kern, was ist das Besondere an uns? Wir haben uns nur auf drei Bereiche konzentriert. Das ist einmal das Thema Unternehmensverkauf, als zweites der Generationswechsel in Familienunternehmen, dann wenn alt auf jung, dass die Firma das Unternehmen überträgt. Und das ist drittens der Unternehmenskauf, wenn Sie zum Beispiel anorganisch wachsen wollen, eine andere Firma übernehmen wollen, gerade im Zeitalter der demografischen Probleme in Deutschland, das Problem Mitarbeiternachfolge überhaupt nicht mehr lösen können. Eine tolle Möglichkeit. Oder auch wenn Sie als Einzelperson einfach Lust haben auf das Thema Unternehmertum und eben im Rahmen einer Unternehmensnachfolge dann eine Übernahme antreten. Aber zurück zum Thema. Bin ich nicht selbst der beste Nachfolger? Ich sage das so provokant nicht irgendwie pädagogisch und weil ich hier mit dem Zeigefinger stehe und sage, na na na, das geht aber nicht, so eine Einstellung vielleicht in sich zu tragen. Nein, ich glaube, ein Stück weit vielleicht ahnen zu können, wissen zu können, auch durch meine eigene Geschichte in unserem Familienunternehmen, dass es wirklich vielen, vielen Unternehmensinhabern, die 20, 30, 40 Jahre lang ihr Leben geprägt haben und auch haben prägen lassen von dieser, ich nenne sie jetzt ruhig mal auch, weiteren Personen, nämlich der Unternehmung, ihren Lebensinhalt komplett in diese Unternehmung hineingesteckt haben. Und irgendwann kommt dieser Moment, wo ich entweder vielleicht biologisch, altersbedingt und vielleicht auch gesundheitlich aufgrund von Einschränkungen oder einfach, weil es auch emotional dran ist, die Frage stelle und sage, wie kriege ich eigentlich meine Unternehmensnachfolge geregelt? Ich weiß, dass ich nicht auch vielleicht noch mit 90 und 100, also zumindest nicht vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt, wer weiß, was die Medizin uns noch bringt, aber eben unendlich diese Unternehmung fortführen kann, sondern dass es auch wichtig ist, auch von dem Inneren, vom Mindset sozusagen, was ich als Unternehmer hineingebe in das Wachstum und in die Möglichkeiten, in die Chancen und in die verändernden Märkte und in die Digitalisierung, all diese Wahnsinnsthemen, die da täglich auf uns im Mittelstand zukommen, dass ich darauf ja Antworten geben muss. Und wenn Sie vielleicht in Ihrem stillen Kämmerlein zu Hause darüber nachdenken und sagen, wer ist eigentlich der beste Nachfolger, dann glaube ich, ist es echt manchmal schwer zu sagen, hm, ist das vielleicht aus meiner Familie, ob Tochter oder Sohn, vollkommen egal, oder kann es vielleicht doch der leitende Pokerist, der Geschäftsführer sein, der schon in Ihrer Unternehmung ist, der alles schon kennt, oder suche ich eine externe Person, aber wie soll die das denn schaffen? Und dieser Punkt, das ist dann, glaube ich, ein Stück weit auch das Ego, was uns da einen Streich spielt, zu sagen, eigentlich gibt es gar keinen besseren Übernehmer als ich, der Übergeber. Aber, hm, das geht nun mal eben leider nicht. Also möchte ich Sie einladen, einfach mal vielleicht mit einer gewissen Offenheit darüber nachzudenken und zu gucken, wie kann ich das schaffen, dass natürlich diese in uns allen vorkommende Gedanke, wenn wir in dieser Phase einer Übergabe stehen, vielleicht auch überlistet werden kann. Und zwar meine ich deshalb überlistet, damit Sie in eine natürliche, gute Energie hineinkommen und Kraft hineinkommen, Ihr Lebensprojekt auch loslassen zu können und es in gute Hände zu übergeben. Und da hat es sich für mich als sehr hilfreich erwiesen in unserer täglichen Arbeit mit vielen, vielen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, dass wir gucken, wie ist eigentlich eine neue Flamme in Ihrem Leben zu entzünden. Wie war vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren da ein Feuer, was brannte und wo Sie Lust hatten auf diese Firma und ja, dieses Feuer brennt wahrscheinlich auch noch vielleicht etwas in der Höhe runtergegangen. Aber wo brennt eigentlich das neue Feuer? Worauf haben Sie eigentlich Lust in der Zukunft? Was wollen Sie wirklich tun? Wir hören häufig drei Dinge, wenn wir mit unseren Kunden sprechen und es um das Thema Nachfolgesicherung geht. Die erste Antwort ist dann häufig, ach Mensch, Herr Körber, wissen Sie, ich habe so einen tollen großen Garten, der kommt immer zu kurz, da freue ich mich so drauf. Ja, das glaube ich Ihnen sofort, das kann auch sein und zugleich denke ich mir, Mensch, was muss der für einen großen Garten haben? Also wenn Sie noch bei einer guten Lebenserwartung von weiteren 20, 25 Jahren vielleicht diesen Garten bearbeiten wollen, reicht Ihnen das? Ist es das Feuer, was Sie brauchen, was Sie weiterträgt in diese Zukunft und was Sie loslassen lässt? Die zweite Antwort ist dann häufig, ach, ich habe eine tolle Ferienwohnung, Ferienhaus irgendwo, da bin ich so selten, da möchte ich gerne hin. Und auch hier fragen wir natürlich, reicht das, um ein Feuer zu entzünden für etwas Neues? Und die dritte Antwort, die dann häufig kommt, ist irgendein Hobby, irgendetwas kann mit Sport zusammenhängen oder oder. Und auch hier gilt es die Frage zu stellen, reicht das, trägt es mich wirklich aus einer inneren Freude und Lust und Offenheit in etwas Neues hinein? Und ich lade Sie ein, denken Sie einfach mal vielleicht in Ihrem stillen Kämmerlein, vielleicht aber auch in einem sehr vertraulichen Gespräch mit dem besten Freund, der besten Freundin Ihrer Lebenspartnerin, Lebenspartner oder mit wem auch immer, mit dem Sie sich so auch ein Stück weit offenbaren können, darüber nach. Weil ich glaube, wenn dieses neue Feuer in Ihrem Leben entzündet werden kann, in der Perspektive auf etwas Schönes, etwas, was lockt, dann fällt es auch leicht, davon wegzukommen und diesen Gedanken zu haben im Hintergrund, eigentlich bin ich doch der beste Übernehmer als Übergeber. Und vielleicht fällt es Ihnen dann auch ein Stück weit leichter, wirklich loszulassen, egal ob innerhalb der Familie oder außerhalb der Familie. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei diesen Gesprächen mit sich selbst oder mit vertrauten Personen in Ihrem Umfeld. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei diesen Menschen in Ihrem Umfeld.